Die EOS R6 ist eine der beliebtesten Kameras aus Canons EOS R-Serie und das ist die EOS R6 Mark II. Die höherwertigere Schwesterkamera der EOS R6 ist ideal für Technikbegeisterte und Semi-Professionals. Während beim Vorgängermodell noch ein 20 Megapixel Sensor verbaut war, ist hier ein 24 Megapixel CMOS Vollformatsensor verbaut. Und die Kamera ist extrem schnell. Sie schafft bis zu 40 Bilder pro Sekunde mit elektronischem Verschluss und 12 Bilder pro Sekunde mit mechanischem Verschluss. Und es gibt auch einen RAW-Burst-Modus, das heißt auch RAW-Bilder können sehr schnell in Folge aufgezeichnet werden. Auch der Autofokus wurde weiterentwickelt. Dank dem Deep Learning Autofokus können jetzt auch Pferde, Flugzeuge, Züge und weitere Objekte automatisch erkannt werden. Auch der Bildstabilisator wurde weiter verbessert. Dieser schafft nun eine Kompensation von bis zu 8 Stufen. Und es gibt zusätzlich auch einen Panorama- bzw. Schwenkassistenten. Dieser hilft dem Fotografen oder Videografen gerade zu bleiben. Kommen wir nun zu den Videofunktionen. Die EOS R6 Mark II schafft 4K Video-Footage mit 60p ohne Crop und 6K mit 60p RAW über HDMI. Es gibt auch die Möglichkeit, Pre-Recording zu aktivieren. Das heißt, wenn diese Option ausgewählt wird, nimmt die Kamera immer bereits 5 Sekunden auf, bevor man den Auslöser druckt, sodass man nichts verpasst. Sie hat jetzt auch Real-Time Focus Breathing Kompensation. Das bedeutet, dass das Bild nicht atmet, wenn der Fokus umgestellt wird. Es gibt jetzt auch kein 30-minütiges Aufnahmelimit mehr. Die Kamera schafft um einiges mehr. Und dank UVC-Support kann man sie auch als Webcam benutzen, ohne zusätzliche Software zu installieren. Die EOS R6 Mark II hat eine gute Low-Light-Performance, genügend Auflösung für die meisten Aufnahmesituationen und ziemlich hervorragende Videofunktionen. Das macht sie zu einer guten All-Rounder-Kamera für Profis und diejenigen, die es noch werden wollen. Die Kamera ist ab Ende November erhältlich und jetzt bereits auf www.digitalstore.at vorbestellbar. Und am 4. November findet unser Touch-and-Try-Event zur EOS R6 Mark II statt. Da könnt ihr zu uns in den Store kommen und die Kamera selbst in die Hand nehmen und testen. Das war's von uns. Danke und bis zum nächsten Mal.